Nachdenkseiten Die kritische Website Friedensbewegung 1-2-3 Der mühsame Weg in Richtung Frieden Ein Beitrag von Andrea Drescher Es ist kompliziert, sich für den Frieden zu engagieren. Heute gibt es nicht mehr eine Friedensbewegung, es sind inzwischen drei verschiedene. Die alte, die neue und die ganz neue. Und leider gibt es zwischen den Gruppen wenig Eintracht, sodass die Kriegsbewegung, bestehend aus Politik, Rüstungsindustrie und tiefem Staat, leichtes Spiel hat, mehr und mehr Menschen auf Kriegskurs zu treiben bzw. zu halten. Friedensbewegung Nummer 1 Die alte Friedensbewegung aufgrund des Vietnamkrieges wurde mitgetragen von den Protesten der 1968er-Bewegung und ging Hand in Hand mit der Ökologie- und Anti-AKW-Bewegung der 70er- und 80er-Jahre auf die Straße. Die damaligen Aktivisten kamen zum großen Teil aus dem politisch-linken Spektrum und waren mehrheitlich antifaschistisch, antiimperialistisch bzw. antiamerikanisch. Ausnahmen wie Herbert Guhl bestätigen diese Regel. Man traf sich im Bonner Hofgarten, bei der Startbahn West oder in Backersdorf, um nur einige Schauplätze der damaligen Zeit zu nennen. Die Gründung der Grünen war eine Folge dieser Bewegungen, wobei ich mir sicher bin, dass sich die damaligen Urgesteine Petra Kelly und Gerd Bastian von dem, was aus dieser Partei heute geworden ist, genauso scharf distanzieren würden, wie ich das tue. Reste dieser alten Friedensbewegung sind noch in verschiedenen Bündnissen aktiv. Die Antisiko in München ist ein Beispiel dafür. Auch die Antifa gibt es noch. Erschreckend ist aber, wie sehr von vielen dieser Organisationen inzwischen das transatlantische Narrativ geteilt wird. Von grundsätzlicher Systemkritik, wie ich sie aus meiner Jugend kannte, ist kaum mehr etwas zu spüren. Friedensbewegung Nummer 2 2014 entstand die neue Friedensbewegung, initiiert von Lars Mehrholz in Berlin als Mahnwachen für den Frieden, die regelmäßig jeden Montag auf der Straße zu finden war. Auslöser war der sich abzeichnende Krieg in der Ukraine, der dann nach acht Jahren Dauerbeschuss des Donbass 2022 plötzlich und unerwartet ausgebrochen ist. Aber auch andere Themen kamen aufs Tablett beziehungsweise ans offene Mikrofon. Ob die Kriege in Syrien, Jemen und Israel, Umweltzerstörung durch Glyphosat und Regenwaldzerstörung, Freundschaft mit Russland oder das Finanz- und Wirtschaftssystem. Diese Friedensbewegung, die in ihrer besten Zeit in über 230 Städten im deutschsprachigen Raum stattfand, griff viele systemkritische Themen auf. Insbesondere die Kritik am Geldsystem führte dazu, dass man sie als antisemitisch erklärte. Denn wer das Geldsystem kritisiert, war laut der in Anführungszeichen linken Ikone Jutta Dittfurt bereits ein struktureller Antisemit. Diese Tatsache und das seltsamerweise medial forcierte Aufkommen der Pegida-Bewegung, die mit den Mahnwachen in einen Topf geworfen wurde, führte sehr schnell dazu, dass alte und neue Friedensbewegungen nicht zusammenkamen und die Mahnwachenbewegung an Schwung verlor. Der sogenannte Zusammenhang zwischen Friedensbewegung und Rechten, in späterer Folge dann Antisemitismus und Nationalsozialismus, war geschaffen. Systemkritiker standen im rechten Eck, was für viele, darunter auch mich, sehr überraschend kam. Friedensbewegung Nummer 3 2020 entstand aufgrund der Grundrechtseinschränkungen durch die vermeintlichen Gefahren von Corona eine Freiheitsbewegung, die nach und nach unter einer Friedens- und Freiheitsbewegung firmierte beziehungsweise zu dieser mutierte. Ein für mich erschreckend großer Anteil der Demonstranten hatte deutlich mehr als 50 Jahre auf dem Buckel. Es gab Veranstaltungen, bei denen ich das Durchschnittsalter auf 60 geschätzt habe. Auf allen großen Demos habe ich Menschen mit Rollator oder Rollstuhl mitlaufen beziehungsweise Rollen sehen. Es waren sehr bürgerliche Demos, es war ein sehr buntes Publikum und bei vielen, die ich traf, stellte ich fest, wir hätten uns auch in Bonn, Wackersdorf oder auf der Startbahn West treffen können. Auch zahlreiche Aktive der Mahnwachenbewegung von 2014 waren dort zu finden. Zumeist jene, die sich nicht vor der virtuellen, korrekt viralen Gefahr fürchteten. Als der Impfdruck zunahm, nahm auch der Anteil junger Menschen und Familien mit Kindern zu. Es waren, nach meiner Wahrnehmung, alle politischen Strömungen von rechtsaußen bis linksaußen vertreten. Die überwiegende Mehrheit bildete aber die bürgerliche Mitte. Viele bis dato meist völlig unpolitische Menschen, die ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung Ausdruck verleihen wollten. Das mediale Framing der zunächst nur maßnahmenkritischen Bewegungen mit Begriffen wie Corona-Leugner, Impfgegner und natürlich Antisemiten und Nazi wurde dann fast eins zu eins auch auf die Menschen übertragen, die, als der Maßnahmendruck zurückgingen, die Kriegsgefahr aber zunahm, weiter auf die Straße gingen. Die perfekte Spaltung Die alte Friedensbewegung wollte beziehungsweise will mit den sogenannten rechtsoffenen Demonstranten dieser Friedensbewegung Nummer 3 nichts zu tun haben. Am 18. Februar gab es daher anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz gleich zwei Friedenskundgebungen und Demonstrationszüge. Am Marienplatz traf sich die Antisiko der alten Friedensbewegung, zeitgleich mobilisierte, macht Frieden. Ein Bündnis von Graswurzelbewegungen, dem auch München steht auf, angehört, also Vertreter der Friedensbewegung Nummer 3, für eine Veranstaltung am Königsplatz. Ähnliches wiederholte sich in München anlässlich des Ostermarsches. Das Orga-Team von Macht Frieden respektierte den Zeitplan des traditionellen Ostermarsches und legte die eigene Veranstaltung auf den Nachmittag, sodass Teilnehmer der alten Friedensbewegung vom Marienplatz im Anschluss noch zur Kundgebung am Odeonsplatz kommen konnten. Eine versöhnliche Geste, um alt und neu zusammenzubringen. Tatsächlich mischten sich dann einige der alten unter die neuen, man kam in Kontakt, sprach miteinander und konnte vielleicht einige Vorurteile abbauen. Ein weiterer Versuch, die Spaltung zu überwinden, war die Rede einer Friedensaktivistin aus dem traditionellen Lager auf der Kundgebung von Macht Frieden. Ich lernte sie auf dem Ostermarsch der neuen Friedensbewegung kennen. Dr. Ingrid Pfanzelt war und ist in der alten Münchner Bewegung Nummer 1 gut vernetzt. Jetzt engagiert sie sich zunehmend für die Friedensbewegung Nummer 3. Nur Nummer 2 hat sie ausgelassen, da sie im Jahr 2014 und 15 zu viel Zeit in der Flüchtlingshilfe verbracht hat. Ihr Anliegen ist es, mit dazu beizutragen, die Spaltung in der Friedensbewegung zu überwinden, wie sie mir in einem Interview erzählte. Interview von Andrea Drescher mit Dr. Ingrid Pfanzelt Andrea Drescher, kannst du dich kurz persönlich vorstellen? Dr. Ingrid Pfanzelt, gerne. Ich heiße Ingrid Pfanzelt, bin 1956 in der Nähe von München zur Welt gekommen, habe mein Medizinstudium in Italien begonnen und in München beendet. Nach meiner Facharztausbildung in psychosomatischer Medizin habe ich mich 1993 in einer Kassenpraxis als psychoanalytische Psychotherapeutin und Homöopathin niedergelassen, in der ich immer noch arbeite. Friedenspolitisch ging es bei mir in den 80ern los. Es war damals im alternativen Milieu üblich, sich für den Frieden zu engagieren. Ich habe in einer Land-WG auf einem Bauernhof gelebt und war am Anfang bei den Grünen mit dabei. Die Friedensbewegung war ein Teil der Grünen, Gerd Bastian und Petra Kelly waren unsere Vorbilder. Das hat damals große Kraft entwickelt. Diese politische Sozialisation war gepaart mit der Anti-AKW-Bewegung. Es war Teil unseres WG-Lebens, mit unserem klapprigen VW-Bus nach Wackersdorf zu fahren und uns mit Wasserwerfern von der Polizei von der Straße fegen zu lassen. Diese frühe ökologische Bewegung, die auch Themen wie Naturheilkunde und Spiritualität einschloss, war geprägt durch einen sehr regierungskritischen Kurs, der aus der 68er-Bewegung entstanden war. Unsere Generation war noch geprägt von der Auseinandersetzung mit den Vätern, die sich im Nationalsozialismus schuldig gemacht hatten und nun wieder in hohen Ämtern waren. Deshalb gehörte eine kritische Auseinandersetzung mit dem Staat und den staatlichen Entscheidungen gegen den Willen der Bürger, wie der Wiederaufarbeitungsanlage oder dem NATO-Doppelbeschluss, zu unserem aufklärerischen Selbstverständnis. Mehrere hunderttausend Demonstranten im Bonner Hofgarten waren ein starkes Zeichen dieser kritischen Generation an die Politik. Diese großen Demonstrationen waren ein Event, das viel Energie abgab. Wir waren beseelt von dem gemeinsamen Friedenswillen und der Hoffnung, die Politik durch unseren mächtigen Straßenprotest beeinflussen zu können. Für den Frieden zu demonstrieren, gehört also seit gut 40 Jahren zu meinem Leben. Drescher, du engagierst dich jetzt aber nicht nur auf Demonstrationen, sondern auch für die IPPNW. Wofür steht diese Organisation? Fanzelt, die IPPNW, die International Physicians for the Prevention of Nuclear War, ist eine ärztliche Friedensorganisation. Sie wurde 1980 als gemeinsame Friedensarbeit von einem US-amerikanischen und einem russischen Arzt gegründet und bekam 1986 den Friedensnobelpreis. Ihr wichtigstes Ziel war und ist es, die Menschen weltweit über die Risiken eines Atomkrieges und die medizinischen Folgen atomarer Katastrophen aufzuklären und sich für ein generelles Verbot von Atomwaffen einzusetzen. Aus der IPPNW entstand die ICAN-Kampagne International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, die 2021 eine Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrages in der UN erreichte und die dafür ebenfalls 2017 den Friedensnobelpreis bekam. Jetzt wäre ein weltweites Verbot von Atomwaffen jederzeit möglich, wenn die Staaten, die diese Waffen besitzen, auch Deutschland, diesen Vertrag ebenfalls unterzeichnen würden. Seit einigen Jahren leite ich zusammen mit einem Kollegen die Regionalgruppe Oberbayern des IPPNW. Wir sind Partner des Freebü Münchens. Im Namen der IPPNW halte ich regelmäßig Reden zu den Hiroshima-Tagen in München, die vom Freebü organisiert werden. Drescher Was ist das Friedensbündnis München? Fanzelt Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Friedensinitiativen in München, die unter anderem seit vielen Jahren die Antisiko-Proteste veranstalten. Das Antisiko-Bündnis ist ja nur ein temporäres Bündnis, das sich im Herbst zusammenfindet, um die Proteste zur Sicherheitskonferenz im Februar zu organisieren und sich anschließend wieder auflöst. Die IPPNW war immer dabei. Dieses Jahr gab es das erste Mal eine Schwierigkeit. Drescher, von was für Schwierigkeiten sprichst du? Fanzelt Es gab einen Eklat mit den Leuten aus der Antifa, da bei der Antisiko auch Vertreter der Freien Linken mitwachen wollten. Da diese sich auch bei München steht auf engagieren, kam der Vorwurf der Querfront hoch. Die Antifa bezeichnet nämlich alle, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, als rechtsoffen und AfD-nah. Es begann eine massive Diffamierungskampagne gegen die Freie Linke durch die Antifa. In unserer IPPNW-Regionalgruppe gab es dann die Diskussion, ob wir das Antisiko-Bündnis verlassen sollen, nachdem die Antifa so aggressiv auftrat. Als Friedensorganisation können wir nicht in einem Bündnis mitwirken, das Diffamierung und Gewalt toleriert. Als sich das Bündnis dann aber auch deutlich gegen Extremismus von links positionierte, sind wir als IPPNW dabei geblieben. Ob wir zukünftig weitermachen, steht, ebenso wie unsere Rolle bei der zeitgleich zur SIKO stattfindenden Friedenskonferenz in München, in den Sternen. Drescher, wieso? Fanzelt Die Spaltung betrifft jetzt auch die IPPNW-Regionalgruppe. Ich war als Regionalsprecherin dafür, mit der, wie du sagst, ganz neuen Friedensbewegungen zu kooperieren. Andere waren das nicht. Drescher Wie stehst du zu München steht auf? Kurz MSA. Fanzelt Ich war anfänglich in der maßnahmenkritischen Bewegung nicht aktiv, wurde aber im Laufe der Zeit zunehmend kritischer gegenüber der Impfung und den Maßnahmen. Ich fühlte mich eigentlich immer der Links-Grünen-Szene zugehörig und war früher bei den Grünen, bis sie begannen, gegen die Menschen zu hetzen, die sich nicht impfen lassen wollten. Das betraf auch mich. Als Katharina Schulze von den Grünen dann im Landtag forderte, dass Ungeimpfte nicht mehr in Supermärkten zum Einkaufen gehen dürften, bin ich endgültig ausgetreten. Ich war einfach nur noch entsetzt und wollte etwas gegen diese unsägliche Politik tun. Darum bin ich dann auch mal mittwochs zu den Demos von MSA gegangen. Ich vermisste in dem offiziellen Corona-Diskurs die kritischen Stimmen, die ich dort fand. Und diese Szene ist jung und dynamisch. Die Organisatoren von MSA kommen aus der Generation meiner Söhne. Ich war irritiert, wie wenig regierungskritisch sich gerade die linke Szene beim Corona-Thema verhielt. Das offizielle Narrativ wurde von ihr ebenso unreflektiert übernommen wie später das des Ukraine-Kriegs-Narratives. Eine regierungskritische Haltung nahm nur die Corona-Proteste ein. Sie ging nach Beginn des Ukraine-Krieges in eine Antikriegshaltung über. Das primäre Thema war dann die Forderung nach Frieden. Ich war sehr berührt, als nach dem Kriegsbeginn jeden Mittwoch bei den Umzügen von MSA der Ruf Frieden schaffen ohne Waffen durch Münchens Straßenschalte. Das erinnerte mich an die Anfänge der Friedensbewegung. Weil die Grundrechtebewegung schon seit drei Jahren den Straßenprotest organisiert, war es auch sie, die dann schnell einen Friedensprotest auf die Straße brachte. Viel schneller als die Initiativen der alten Friedensbewegung. Deshalb habe ich versucht, Kooperationsmöglichkeiten zwischen alter und sogenannter neuer, neuer Friedensbewegung zu finden. Es gab einige Vertreter und Vertreterinnen des Fribü, die kooperationsbereit waren. Mit ihnen veranstaltete die IPPNW-Regionalgruppe zusammen mit MSA und der Freien Linken eine Demo am 1. Oktober 2022, dem bundesweiten Aktionstag gegen den Ukraine-Krieg, auf der ich eine Rede hielt. Dabei kam es zu einem Eklat auf der Bühne. Ein Redner der Antifa beschimpfte die MSA-Teilnehmer der Demo als Nazis, mit denen man nicht auf einer Demo sein dürfe. Er übersah dabei, dass mindestens drei Viertel der Demonstranten Leute aus der Grundrechtebewegung waren. Das zeigt recht gut die Realitätsverleugnung der Antifa. Ich rief nach dieser Demo zu einer Dialoggruppe auf, die sich dann in regelmäßigen Abständen traf. Zwischen einzelnen Akteuren der alten und neuen Friedensbewegung entwickelte sich ein respektvoller und spannender Dialog, der allerdings nicht zu einer prinzipiellen Änderung der Haltung des Fribü führte. Die Vorurteile sind leider nicht aufzubrechen. Es gibt zu große Widerstände seitens des Fribü. MSA als Vertreter der neuen Friedensbewegung ist kooperationsbereit. Aber die Spaltung wurde von der Antifa forciert und das Münchner Friedensbündnis konnte sich zu keiner eigenen friedensfähigen Position durchringen. Es wurde klar, dass sich in München zwei unterschiedliche Friedensbewegungen entwickeln. Drescher, wie hast du deine Rolle als Brückenbauerin erlebt? Fanzelt, einerseits als recht einsam, anstrengend und emotional verletzend, weil ich von meinen alten Weggefährten angegriffen und enttäuscht wurde. Andererseits habe ich in der neuen Bewegung viele tolle jüngere Menschen kennengelernt, die einen offenen Geist und viel Mut haben, sich gegen den Strom zu stellen. Sie haben mich bei meinen Auftritten bei der neuen Friedensbewegung sehr unterstützt, denn mittlerweile werde ich auch von der SZ als in die rechte Querdenker-Ecke gestellt. Das tut weh. Mein sozialer Bezugsrahmen hat sich von Grund auf verändert. Frühere Freunde sind weggebrochen. Mit meinem Kollegen aus der IPPNW-Regionalgruppe hatte ich beispielsweise letzten Sommer vereinbart, dass wir beide versuchen möchten, Brücken zu bauen. Er ist auch Psychotherapeut, deshalb wollten wir den Dialog anstoßen. Die erste Bewährungsprobe war dann die Vorbereitungsgruppe für die Friedenskonferenz, kurz FRIKO, eine friedenspolitische Parallelveranstaltung zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die IPPNW ist seit einigen Jahren Mitveranstalter der FRIKO. Es kam die Idee auf, mit der Zivilgesellschaft mehr in Kontakt zu kommen, vielleicht eine Podiumsdiskussion mit Menschen zu führen, die sich noch nicht so lange für den Frieden engagieren. Mein Vorschlag, die Protagonisten von München steht auf einzuladen, rief großen Widerstand und Ablehnung hervor. Es wurde unterstellt, dass das alles Rechte seien, obwohl niemand vom FRIKO-Team jemals mit den Leuten von MSA gesprochen hatte oder bei einer Demo gewesen war. Man folgte also nur den eigenen Vorurteilen. Mein Kollege unterstützte mich leider nicht, sondern schloss sich den anderen an. Ich habe mit vielen von München steht auf gesprochen und kenne auch viele aus der Szene. Ich habe daher entsprechend dagegen gehalten, da ich auf den Demos von MSA keine Rechten getroffen hatte, sondern nur Menschen begegnet war, die sich für Freiheit und Frieden engagieren. Aber meine ehemaligen politischen Weggefährten glaubten mir nicht und mein Vorschlag wurde vom FRIKO-Team vehement zurückgewiesen. Als es dann noch um die Beurteilung einer Demonstration am 9. November ging, glaubte die FRIKO-Gruppe lieber der Süddeutschen Zeitung, die wieder einmal nur Nazis dort gesehen haben wollte, als mir, einer Augenzeugin, die vor Ort war. Ich habe mich dann aus der Gruppe zurückgezogen, weil ich nicht mit Menschen zusammenarbeiten wollte, die selbst so wenig friedensfähig sind. Friedensfähigkeit bedeutet Gesprächsbereitschaft. Eine Friedenskonferenz, auf der gefordert wird, dass Russland und die Ukraine sich zu Verhandlungen an einen Tisch setzen sollen, die aber selbst nicht zum Dialog bereit ist, verdient diesen Namen nicht. Diese Doppelmoral erleben wir zurzeit ständig in der Politik. Da wollte ich nicht mitmachen. Es hat mich aber persönlich sehr getroffen, dass ich keine Unterstützung für meine Position von meinem Kollegen bekam. Unser gemeinsam abgesprochenes Brückenbauprojekt war gescheitert. Nun musste ich alleine weitermachen. Ich empfand das so, als ob man mir in den Rücken fällt. Das hat sich dann später wiederholt. Drescher, was ist denn passiert? Fanzelt, einige Wochen später wurde ich von der Organisation der Antiseko-Demo des Machtfriedensbündnisses gefragt, ob ich auf ihrer Veranstaltung sprechen möchte. Der Vorstand von IPPNW verboten mir, dort in ihrem Namen zu sprechen, so wie ich das sonst immer tue. Die Begründung war, IPPNW dürfe nicht mit wissenschaftsfeindlichen, rechtsoffenen Corona-Leugnern in Verbindung gebracht werden. So trat ich als Privatperson und nicht als Vertreterin der IPPNW auf. In einem Interview mit der SZ distanzierte sich dann der IPPNW-Vorsitzende von mir und behauptete, mein Auftritt sei nicht mit ihm abgesprochen gewesen, obwohl es natürlich abgesprochen war und das alles per E-Mail-Verkehr belegt ist. Ich empfand das als sehr illoyal und persönlich verletzend. Es zeigt sich die tiefe Zerrissenheit in den herkömmlichen Friedensorganisationen. Wenn wir aber so miteinander umgehen, schwächen wir uns weiter systematisch selbst. Brescher, wo siehst du die größten Hindernisse einer Zusammenarbeit? Franzelt, die neue Friedensbewegung zeigte sich bisher sehr offen und kooperationsbereit. Vielleicht hat sie durch den medial angeheizten, scharfen Corona-Diskurs eine größere Dialogfähigkeit entwickelt als die traditionelle Friedensbewegung, die sich in den letzten Jahren des Friedens nicht mehr großgesellschaftlich auseinandersetzen musste. Man hatte sich bequem in der Friedensnische eingerichtet. Also liegen die größten Hindernisse meiner Erfahrung nach auf Seiten der alten Friedensbewegung. Das sind die unverrückbaren Bilder im Kopf, die Einordnung in ein politisches Raster mit links und rechts. Die alten Aktivisten kommen aus der linken Szene und haben über die Jahre eine rigide linke Identität entwickelt, die nicht reflektiert werden kann. Dann lässt man sich lieber von einer gewaltbereiten Antifa ein schlechtes Gewissen einreden, dass man nicht links genug sei und sich deshalb offensiv von allem distanzieren müsse, was die Antifa als rechts definiert, statt sich eine neue, zeitgemäße Position zu erarbeiten. Sie müsste sich allerdings fragen, was die hauptsächliche Aufgabe einer Friedensbewegung ist. Will sie einer radikalen, linken Ideologie hundertprozentige Gefolgschaft leisten oder einen lagerübergreifenden Protest organisieren, um jetzt einen Krieg zu beenden? Ein anderes Hindernis für eine Zusammenarbeit ist aber auch, dass sich die neue Friedensbewegung zu einem großen Teil aus der Grundrechtebewegung entwickelt, die während der Pandemie so diffamiert wurde. Viele aus der alten Friedensbewegung waren mit den Corona-Maßnahmen konform und schlossen sich dem Vorurteil an, dass die Maßnahmenkritiker alle Corona leugnen und aus der rechten Ecke kommen würden. Das zeigt ja auch die Reaktion des IPPNW-Vorstandes. Und plötzlich sollen diese sogenannten Aluhut-Träger ernstzunehmende Friedensaktivisten sein. Das übersteigt die intellektuelle Flexibilität von altgedienten Friedensbewegten. Da macht man es sich dann lieber einfach und stellt alle Neuen unter den Verdacht, rechtsoffen zu sein. In der Psychotherapie arbeite ich mit meinen Patienten immer daran, zu differenzieren. Wenn man in einem gut-böse Schema stecken bleibt, gibt es keine psychische Entwicklung. Diese Entwicklungsaufgabe müsste jetzt die alte Friedensbewegung leisten. Das Links-Rechts-Schema taugt nichts mehr. Wir müssen alle neu denken lernen. Dazu gehört auch, einmal aus dem Kreislauf von Aktion und Reaktion herauszutreten und das gesellschaftspolitische Geschehen zu reflektieren. Als Psychoanalytikerin ist es mein tägliches Geschäft, die unbewusste Dynamik eines Verhaltens zu verstehen. Warum tut sich also die alte Friedensbewegung so schwer, überhaupt einmal ins Gespräch zu kommen mit den Jungen? Ich glaube, da argumentiert die Antifa geschickt mit dem Vorwurf der Kontaktschuld. Das heißt, man macht sich schuldig, wenn man Kontakt mit einem Rechten hat. sich schuldig zu machen, weil man die politische Gefahr von rechts nicht sehen könnte, die schon einmal Deutschland und die ganze Welt in den Abgrund gestürzt hat, davor fürchtet sich meine Generation, also die alte Friedensbewegung. Ein Teil unserer politischen Identität wuchs aus der offensiven Abgrenzung gegen jegliche rechtsnationale Tendenz. Deshalb verfällt dieses Argument so gut, dann wird kontraphobisch alles vermieden, was nur irgendwie in diese Richtung interpretiert werden könnte. Schuldgefühle oder Angst zu erzeugen ist übrigens eine massenpsychologische Taktik. Mithilfe des sogenannten Nudgings werden Affekte bewusst geschürt, um dann ein konformes Verhalten zu erzeugen, das den Akteuren im Hintergrund für ihre Zwecke dient. In der Corona-Zeit war es die Angst vor Krankheit und Tod. Jetzt ist es das Schuldgefühl, das die Agenda der Regierung stützt. In beiden Fällen wird mit der Metapher von Ansteckung gearbeitet. Früher konnten wir uns mit einer Mikrobe anstecken. Jetzt ist es das Virus von rechts. Und der Schutz vor Ansteckung ist in beiden Fällen die Vermeidung von menschlichem Kontakt. Deshalb können rechtes und linkes Lager nicht zusammenkommen, solange diese irrationale Angst vor politischer Ansteckung herrscht. Divide et impera. Die Spaltung der Gesellschaft dient den Mächtigen, um zu herrschen. Wir brauchen wieder ein Zutrauen zu unserer gesunden Immunität. Im physiologischen wie politischen Sinn. Dann können wir auch nicht von rechts infiziert werden, selbst wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, deren politische Meinung in diese Richtung geht. Drescher Was ist in deren Sinne denn rechts? Fanzelt Das frage ich mich auch. Die alten politischen Koordinaten haben ja ausgedient, wenn die ehemals pazifistische Partei der Grünen für den Krieg wirbt und die AfD für Friedensverhandlungen. Für eine friedensfähige Position ist es meiner Meinung nach auch nicht mehr so wichtig, aus welchem traditionellen politischen Lager man kommt. Wenn man sich auf grundlegende Forderungen einigen kann, wie keine Waffen mehr zu liefern und Friedensverhandlungen aufzunehmen sind, ist das der kleinste gemeinsame Nenner, unter dem sich Menschen zusammentun können, die in anderen Punkten unterschiedlicher Meinung sein dürfen. In der ganzen aufgeheizten Abgrenzungsdiskussion haben wir anscheinend vergessen, dass in einer parlamentarischen Demokratie die unterschiedlichen Parteien themenbezogen zusammenarbeiten. Wenn ich auf einer Demo neben einem Mann gehe, der AfD wählt, aber jetzt für den Frieden demonstriert, ist er bei diesem Thema mein Mitstreiter. Deshalb muss ich aber nicht derselben Meinung wie er beim Thema Migration sein. Und nur weil ich neben ihm gehe, bin ich nicht rechts. Dazu ist mein politisches Immunsystem zu stabil. Meine politischen Werte könnten sich aktuell eher an einer tiefen humanistischen und pazifistischen Haltung orientieren, als an einem vereinfachten Links-Rechts-Schema. Das wäre jetzt wichtig. Wenn wir uns weiter in Links- und Rechts-Spalten lassen, verrichten wir das Geschäft der Mächtigen selbst. Dann wird sich keine wirklich große Neufriedensbewegung entwickeln und die Kriegstreiber haben gewonnen. Das mediale Framing funktioniert leider erstaunlich gut. Jeder Maßnahmenkritiker, jeder Impfskeptiker ist verdächtig und dementsprechend werden München steht auf und die Grundrechtebewegung als rechts wahrgenommen. Das gilt jetzt auch für alle, die für den Frieden auf die Straße gehen. Früher wurde man als Corona-Leugner, heute wird man als Putin-Versteher beschimpft, wenn man nicht mit der Regierungspolitik einverstanden ist. Dabei muss Friedenspolitik doch immer Kritik an der Regierung sein, wenn diese einen Krieg unterstützt. Drescher, wie meinst du das? Pfanzelt, meine Entwicklung hin zu einer friedenspolitischen Position war, sich immer mit dem Regierungshandeln kritisch auseinander zu setzen. Es ist logisch, dass die Maßnahmenkritiker auch kritisch beim Krieg sind, denn sie sind es, die der Regierung seit drei Jahren auf die Finger schauen. Aber ein kollektiver kritischer Geist, der in den 80er Jahren etwas sehr Positives war, wird heute, insbesondere seit drei Jahren, negativ konnotiert. Dabei ist eine regierungskritische Haltung Grundvoraussetzung für eine Friedensbewegung. Ich frage mich, warum nimmt die alte Friedensbewegung die regierungskritische Haltung der Grundrechtsbewegungen nicht als frischen Impuls für ihre eigene Mobilisierung auf? Drescher, siehst du eine Chance, die Gruppen zusammenzuführen? Pfanzelt, ich weiß es im Moment wirklich nicht. Die neue Friedensbewegung hat oft die Hand ausgestreckt, die von den Alten nicht angenommen wurde, zumindest hier in München. Ich habe gehört, dass es in anderen Städten schon Annäherung gibt. Es wäre jetzt an den Alten, das Gespräch mit den Jungen zu suchen. Es ist ja tatsächlich so, dass die Akteure der traditionellen Friedensbewegung alt sind. Wir sind nicht mehr viele und haben nicht mehr viel Kraft. Die Jungen können jetzt den Widerstand organisieren. Sie haben Vitalität und Engagement und beherrschen die Klaviatur der sozialen Medien, um viele Menschen zu mobilisieren. Das wäre ein Booster für uns Alte. Ich habe den Eindruck, die Widerstände gegen die Neuen werden gerade etwas geringer, weil man sieht, wie sich die Zahlen entwickeln. Am Königsplatz waren im Februar 20.000 Menschen, am Marienplatz nur 2.700. Bei der Osterkundgebung waren fünfmal so viele Leute bei Machtfrieden wie beim traditionellen Ostermarsch. Das Traurige ist aber, dass es insgesamt bei allen Kundgebungen viel zu wenige waren, wenn man sich die aktuelle Bedrohungslage ansieht. Vielleicht ist es aber auch gar nicht mehr so wichtig, dass die Alte sich mit den neuen Friedensverbindungen verbindet, denn die Alte hat nicht mehr sehr viel Gewicht. Die Neue muss ähnlich breit in der Gesellschaft aufgestellt werden wie damals in den Achtzgern. Wo aber sind jetzt die Kirchen, die Gewerkschaften, die Klimabewegung? Die christliche Nächstenliebe ist doch eigentlich per se eine pazifistische Haltung. Und gute Arbeitsbedingungen gibt es nur im Frieden. Wer sich für das Klima einsetzt, müsste sich auch für den Frieden engagieren, denn fünf Prozent der globalen CO2-Emissionen werden durch militärische Aktivitäten verursacht. Durch den Ukraine-Krieg sind bisher mehr als 100 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre geschleudert worden. Die gigantische Zerstörung der Umwelt durch Krieg müsste doch alle Naturschützer zu Pazifisten machen. Der Krieg in der Ukraine ist nicht das notwendige Übel, um die Energiewende zu schaffen, wie uns einige erzählen wollen. Der Krieg ist ein Teil der Klimakatastrophe. Deshalb müssten Fridays for Future und Letzte Generation sich der Friedensbewegung anschließen. IPPNW versucht schon seit längerem, diese Gruppen für die Friedensarbeit zu gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, die Gefahr der nuklearen Eskalation wird immer größer. Wir waren noch nie so nah an einem Atomkrieg wie aktuell. Deshalb wäre es gerade jetzt die Stunde einer Friedensorganisation wie IPPNW, die seit 40 Jahren vor dem Atomkrieg warnt. Sie müsste sich mehr mit der neuen Friedensbewegung verbinden. Ein erster Schritt dazu wurde schon gemacht, als die IPPNW-Vorsitzende den Appell von Schwarzer und Wagenknecht unterzeichnete und deren Demo unterstützte. Die Berliner Demo war genauso lagerübergreifend wie die Münchner Antisiko-Demo am Königsplatz. Deshalb ist es schwer verständlich, warum man sich von der Königsplatz-Demo eine Woche vorher noch so distanzierte. Aber vielleicht änderte sich in der Woche dazwischen etwas. Jeder, der reinen Herzens für den Frieden ist, sollte in einer Friedensbewegung willkommen sein. Wir brauchen wieder eine starke Friedensbewegung wie in den 80ern, um diesen Krieg zu beenden, in dem jeden Tag tausend Menschen sterben, ein ganzes Land zerstört wird und die nukleare Katastrophe droht. Ich hoffe, wir schaffen das, bevor es zu spät ist. Drescher, das hoffe ich auch, einen dritten Weltkrieg braucht niemand. Danke dir für dein Engagement. Wir sehen uns auf der Straße. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.